Dieser Volkswagen Turan ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Van ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 125.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2011. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Finsofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 170 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,7 Liter pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.